Moin Mittag und guten Abend da draußen Moin Mittag und guten Abend Moin Mittag und guten Abend Moin Mittag und guten Abend Das ist ja mal wieder typisch Ne und wir haben gesagt Wir würden heute gerne wieder Den Dodgeball Modus zocken wollen Und versuchen daher jetzt Im ersten Anlauf den Modus auch Aus und Weise mal wieder zu finden Äh wo ist er denn? Aus und Weise Kernmodi mehr Wenn es nicht zu lange dauert Dodgeball, bist du bereit? Aber ich hätte schon Bock Ich bin bereit Ich weiß nicht, ich mag Dodgeball Aim am liebsten So, hier können wir nochmal meinen Charakter sehen Die Gears-Leiche Hast du schon die coolen neuen Charakter gesehen, die man jetzt bekommen kann? Da ist auch einer von Swarm, der hat so einen richtig langen Umhang So, so, so Ich gucke gerade selber gerade momentan Richtig cool Also das wäre so was für mich Übrigens steht da weniger als eine Minute Ich möchte es nur Nochmal gesagt haben Und ich könnte ja mal gucken, ob ich die Karte vielleicht eine Dodgeball Karte spiele Oh, da muss ich aber ordentlich Punkte machen, du Nehmen sie mal rein So, und jetzt heißt es Däumchen drücken, dass das hier klappt Oh, das wäre so toll Das wäre so schön Und noch 5 Sekunden los Und, und? Klappt es oder klappt es nicht? Das ist hier die Frage Ich bin dabei noch mal an meiner HDR-Einstellung Weil ich habe den Splitscreen noch drin, den muss ich natürlich ausmachen Jetzt könnte ich das hier noch ein bisschen heller machen Ich muss noch ein Auto umhangen Warum sichtbar? So, ich muss Das hier so einstellen So, wie sieht es aus? Schon besser? Schlechter? Anderthalb Minuten Anderthalb Minuten Nein, wir warten auf 2 Minuten, oder? Ansonsten müssen wir halt wieder zufällig machen Nützt halt nichts Dass die Leute Deutschball nicht spielen wollen Ich verstehe das nicht Das ist doch ein geiler Modi Vielleicht eilt unser Beruf schon herviel voraus Ja genau, die wissen halt einfach Oh Gott Sonnenschein und Vogelmann Die spielen immer den Modus Ne, nicht mit uns Das machen wir nicht So, und natürlich ganz klar Weil wir zu gut sind Der Möp Wieder hier im Livestream Ich sag's auch Wenn ich den Livestream anmache Möp ist sofort da Das funktioniert So Möchten Sie den Trupp mit dem Du pass auf, ich geh raus Wir machen Schnellsuche Wir haben jetzt schon zu viel Wir haben jetzt schon zu viel Zeit verblemmert Mit der eigenen Suche Jetzt mach mal Schnellsuche Ich hoffe, dass wir halt Nach dem Match Ja, vielleicht Ich wollte gerade sagen Vielleicht können wir ja da Dann Deutschball auswählen Ich geb die Hoffnung noch nicht aus Ich auch nicht Gears, nice Schau's dir mal an Ja, krieg dir ne Meldung Wenn du online gehst Ah, ja stimmt Du hast das bei dir dann In der Xbox drin Kann man natürlich auch ausschalten Wenn man das möchte Wenn man sich gestört fühlt Spiegel finden Ja, siehst du Na ja, schnelle Spielsuche Da gibt es ja nie Probleme eigentlich Also da findest du immer was Eigentlich Also, lass uns loslegen Ich bin heiß Das klappt bei dir nicht mit den Streamen von der Box So, komisch Weder über Beam noch über Twitch Weder über Beam noch So, eigenartig Trockendock Am Trockendock Uh, dann seh ich das erste Mal An Trockendock in HDR Highlight Das sieht bestimmt schick aus Twitch App So Dann schauen wir uns hier erstmal jemanden zu Na, noch ist wieder verschwommen Texturen müssen erstmal jetzt wieder reinkommen Und dann hoffe ich natürlich Dass das von der Screaming-Qualität heute wieder einigermaßen funktioniert Liebe Leute Denkt dran Nach ein paar Minuten Pegel zieht es in der Regel immer ein So Jetzt ist erstmal hier klare Sicht Guck, wir müssen warten bis wir dann fertig sind Jaja Wir müssen warten Jop Wir sind drinne Wie, wir sind drinne Du bist drinne Ich bin nicht drin Ich will auch rein Warum bist du drinne Wie Ich weiß, das spiel aber nicht Der hatte spiel'n Team Deathmatch Ah, jetzt bin ich auch drinne Es war noch Es war bisher nur einer durch Sturm Das war das Problem So Oh, hier ist jemand gestorben Fuck man, da hat schon einer diesen Umhang Bist du das ja eigentlich an der Seite? Habe ich gerade das mit dir weggerotzt oder? Ja Sehr schön Haben aber Äh Ausnahmsweise mal gut getimed Hinkbekommen Denkst du an's markieren bitte? Pass auf, ne? Ja, pass auf von der Seite Hinter uns Hier hinter uns Okay, von woher kam Zu raurig hier Ah, ja, ja, ja Ich seh's Ich mach mal Platz hier hinter der Deckung Hey Scheiße, die Deckung ist voll Ich glaube ich Werktag wird hinten angegriffen Ja, der mit den Umhang ist hier Ah, scheiße, Alter Fuck Ich musste Waffen twitschen Hilfe, 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 Hilfe Meine Modi Scheiße Ich will diesen Umhang haben Ich war total geflasht Ich auch gerade Weil er so hin und her gewackelt hat Ja, das mit den, äh, 2000 Möp, das kenn ich sogar Also ich beantworte gerade nebenbei noch ein bisschen Streamfragen Ähm Bei Twitch, dass man nur bis 2000 gehen kann Äh Ist ein bisschen nervig Du kannst ja auf eigene Empfehlungen machen Oder auf Empfehlungen gehen Und dann sagt er dir irgendwie Komischerweise Obwohl du viel mehr Upload hast Ey, du kannst nur das und das und das Da gibt's aber auch einen Trick Du musst halt Twitch nochmal komplett Wegkoppeln Auch in der Twitch-App Verdammt, Axt Was mach ich denn? Also ich hab ihn schon angeschossen Fuck Das ist, glaube ich, nicht mehr von mir Da waren zwei hinter Ach, scheiße Sag das doch Hilfe Ich glaube, hinter mir ist was buntes Yay Pass auf Links Ja, ja, ja Es sind zu viele hier Es sind zu viele hier So, den hab ich Fuck Ich hab den von dem Mohan getötet Nein Du stehst mir im Weg Ey, ich treff nicht Jetzt Oh Gott Oh, da kommt noch einer Das war ja spannend Ey, ja Ich mach ja schon die ganze Zeit mit den Ringelreiher Arschficker So Scheiße, hab ich das gerade lau die Sachen Liebe Leute, das hab ich nicht gesagt Das war rausgeschnitten Aus YouTube Entschuldigt Jetzt ging's auch ran mit mir Also das darf man ja nun nicht sagen Äh, nee Du musst das alles nochmal wegkoppeln Du bist der Letzte, ne? Über die Twitch-Seite Und über die Xbox Und dann musst du Über Twitch Über den Browser Musst du dir nochmal Einen separaten Schlüssel geben lassen Google das einfach mal Scheiße Jetzt ist die Munition Alle Naja, der hat in der Granate geschmissen Alter Ich war der Letzte Überlebende? Ja, hab ich gerade vorgesagt Krass Hab ich nicht mitbekommen Das Empfehlung sagt er 1440 Na toll Genau dann, wenn ich ihn umschießen könnte Geht das Magazin alle, ne? Ha Ich hab einen Argonbogen Also markier schön die Feinde Ja Erwischt Nein 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 Das war blöd von mir Das war einfach dumm von mir Schade Ja genau Such das einfach mal bei Google Richtig Was hatte ich denn damals eingegeben? Ich hatte glaube ich Irgendwas mit eingegeben bei Google Mit Äh 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 Empfehlungen immer nur 800 Äh 800 Kp Obwohl ich auch mehr hatte, ne? Bei mir hat er immer nur 800 gesagt Alter Alles okay bei euch? Ich hab drei Leute Hinter uns, ne? Wie, du hast drei Leute Hast drei Leute weggefatzen? Drei Leute hintereinander Ich hab gerade Das muss ich mir gleich angucken Oh ja Das kommt nachher auf YouTube Auch wenn es um 30 Sekunden geht Das war heftig Oh nein Jetzt war ich auf den Einfizierter Von der Seite weggeschossen wurde Verdammt Ich muss mich jetzt mehr konzentrieren hier Muss aufpassen hier Aber ich hab jetzt auch schon gut gerotzt Ja Auch wenn ich vielleicht Auf der Tabelle jetzt nicht ganz weit vorne bin Das ist der mit dem Umhang Ich will seinen Umhang haben Oh Mir geht grad die Pumpe Passt auf da oben Fuck Also der eine liegt Ach, da war noch einer Ach, streckst mich Ja komm, aber wir Sehr schön Die Runde liegt mir ein bisschen besser Also wenn jetzt keiner von uns Ja Sinnlos drauf geht Und die kommen bestimmt gleich hier runter Ja Wie sie alle auf den Einschießen Wolle auf dem Boden liegen Ist auch geil So Übrigens ist ja bald das Turnier Von Gears of War PC-Spieler gegen Konsolen-Spieler Ja, hab ich schon gelesen Ja Das ist bestimmt eine spannende Geschichte Woll Gears of War ist definitiv so ein Spiel Da bringt eigentlich eine gute PC-Steuerung Also Maustastatur Nicht wirklich viel Vorteil Hier hinten Oder? War da nicht jemand? Ich dachte, da hat sich jemand versteckt Uh Was heißt du? Einer noch Na toll Jetzt hab ich hier diese Waffe Und du sagst einer noch Na dann bringt ihn mal um Ich hock hier ein bisschen Na, habt ihr noch gefunden? Na komm, wo bist du? Nee Doch Ab ihm Sehr schön Brav Alter 2-1 Ach Na klar bin ich vorletzter gewesen Weißt du warum? Wir sind doch in der laufenden Runde erst reingekommen Ich bin zweiter Guck mal Guck mal Ich hab immerhin 6 Kills und 5 Abschüsse Komm ich prima 12 und 3 Guck mal Tellenblock, Tellenblock Ist das nicht die neue? Nee Doch Ist sie nicht Ist Tellenblock die neue? Ja Bist du denn sicher? Ich bin sicher Deswegen haben wir Müssen sie so oder so nehmen Weil sie alle draufgeklickt haben Ja, ich weiß zwar nicht Ach, Beschützer Uh, der Modus ist auch böse Ja Ich glaub einer im Team ist der VIP Und die anderen müssen ihn beschützen, oder? Richtig, genau Wenn der VIP gestorben ist Dann haben wir keine unendlich Leben mehr Oh, heftig Dann werden wir quasi ausgerottet Also dementsprechend Da kann man echt Pech haben, ne Wenn du wirklich einen im Team drin hast Der als VIP natürlich rumrennt Wie ein Bekloppter Und, äh, pff Zack, tot So, und jetzt bin ich gespannt Neue Map Ja, aber ich bin gespannt Bist du sicher, dass das die neue Map ist? Ja Ich bin mir da nicht so Sicher Ich bin mir da nicht so Ich glaube 10 Block Sicher Weil ich seh sie gerade zum ersten Mal, also So Oh, ein goldener Markus Naja, der Beschützer ist immer ein goldener Markus So Okay Ich bin bei ihm Er geht nach links Ist das nicht? Alleine Ja, ich geh erstmal hier so hin Ich stell mich hier erstmal hin Da hinten, kommen sie Geht alleine, Alter Ich glaube ich hab den goldenen schon markiert Ja, ich hatte den goldenen schon markiert, ne Sehr gut Vom gegnerischen Team Kann hier von der Seite jemand kommen? Ne Bleib mal hier bei mir Hier um die Ecke steht der Er hat ihn besiegt, ey Wer hat wem besiegt? Echt, uns was tot? Wir haben den Anführer von uns besiegt Ja Aber er muss unbedingt um die Ecke laufen Ach, das war ja gar nicht, schade Das war einfach plötzlich so ein Wunder Uhhh Pass auf, einer hat eine Dorfstadt Ejo Alter, ich hab gerade Vier Kills gemacht Hab ich schon gesehen Hinter dir, der goldene Ey, den goldenen kannst du übelst schwer umschießen Ich hab gerade viermal mit der Schrotflinde auf den goldenen drauf geschossen, ne Hab ich gesehen Viermal Und der ist nicht abgekratzt Oh, das ist ein Afkar Ey Was war das denn? Was, wir haben ein Afkar? Oh Ja Schön, unser Held Aber guck's dir an Vier Kills, zwei Abschüsse Oh, jetzt verbiegt er sich Jetzt muss er spielen Oh, jetzt hat er es mitgekriegt Ach, scheiße Und der läuft schon Ach, Mann Toll, Mutti, danke Wegen dir Woll ich unbedingt zum Armbotessen kommen musste Danke, Mutti Jetzt ist das ganze Team sauer auf mich Danke, Mama Ja, das war Das war jetzt so ungefähr die Unterhaltung Oh, Mann Ja, heftig Ja, hier so Hier ist eigentlich ganz schön Hier hab ich so'n kleinen Überblick Äh, die kommen von links Achtung Ich hab halt nur Angst, dass die einmal rumlaufen Weißt du, was ich meine? Okay, ich bleib bei dir Wo hinter mir Wo hinter mir weiß ich halt nicht Da ist einer markiert Ich mach da vorne, äh, Granate ran Damit, äh, wir eine Art Alarm haben Von hinten oder von vorne? Von hinten wäre mir eigentlich lieber gewesen Aber wenn die einmal rumlaufen Oh, ich hab eine umgeschossen aus der Entfernung Siehste, ich hab's dir noch gesagt Ich hab's dir gesagt Du sollst von hinten gucken Oh Ich wusste es doch Hast du noch eine Granate? Ach gut, das war einer von uns Äh Dann machst du mal eine Gasgranate an die Wand ran Oder so Wie, wie geht denn das? Habe ich noch nie gemacht So, ich hab die Granate ausgewählt Stoll kurz oben Und dann einfach B Hier rangehen und B drücken B Irgendeine Wand gehen, genau Ach so Wunderbar So, ja Jetzt haben wir quasi einen Alarm Da hinten, ne? Da hinten sind ganz viele Ja Achtung, rechts von euch Hinter uns auch Wie, hinter uns? Mach' keinen Scheiß Mach' keinen Scheiß hier, ey Die haben sich eine Boomer geholt Äh, die kommen, ne? Die kommen Ja, ich bin tot Scheiße, ich auch Die haben mich umgeschossen Ja, die können mich mit einem Schuss umbringen Aber ich hab vorhin auf denjenigen goldenen viermal drauf geballert Also die Logik muss mir jetzt aber einer erklären Hast du gesagt, die Wunde läuft gut, ne? Ich meine gut Ich hab gut Kills gemacht Aber trotzdem läuft es nicht gut Ja, darum geht's da Bist du der Goldene? Nee Nee Gut Ich geh jetzt wieder rechts lang Hier, hier ist am geilsten Ich versuch mal so weit wie möglich schon mal vorzukommen, weißt du? Ja gut, der macht auch schon mal ganz gerne Äh, das war ne ganz blöde Idee von mir Warte, ich verwirr sie Ich würde grad sagen, ich hoffe, dass das nur Rohr ist Was soll das bitte? Scheiße, der war schneller als ich Na toll Was ist der hier her, ja? Ich muss doch aufpassen, jetzt kann einer von hinten kommen auch Ja, ja, jetzt kommt auch einer von der Seite Aus der Mitte Versuch grad alle Seiten abzudecken Der soll denken, dass ich hier nicht mehr dahinter bin Bleibt mir noch Scheiß drauf, jetzt Jetzt kommt er Penner Fuck, da ist noch einer Arschkrampe, so Oh, fuck Das war ja wieder Adrenalin hier gerade Steht da hinter dir, ne? Wie, hinter mir? Da, in der Gegend, genau Da wo du hinkommst Die laufen da alles alle hin Ach, da kam noch einer Ach Hör auf Ich weiß nicht, den hier team ist besser Ja Der macht das gut Unser Team ist so mehr so ein Hau-drauf-Team, weißt du? Ist nicht gut für den Modus Ja, ja Ist nicht gut Nein, nein Nicht, nicht gut Na Vogelmann? Ja Ja, aber da jetzt kriegst du ein Problem Jetzt kommt alle drei auf dich zu ran Da hast du Wenig Chancen So, drei null Aber da müsste jetzt der Modus eigentlich gegessen sein Und jetzt zum Sieg drei, ja Aber die Map hat man glaube ich noch nicht gehabt Und ich bin erster Also das ist schon mal schön Du bist zweiter Und ich zweiter Mit zwei Kills weiter Das ist aber auch schon bitter Also ich will dir Relikt hat man noch nicht, oder? Relikt Relikt ist neu, ne? Mit welchem Modus? Äh, dürfte Wett abrüsten Ne, ist doch nicht neu Ist doch nicht neu Ist nicht neu? Nicht neu? Nein Mapcamber, die ist scheiße gewesen Oh nein Und dann noch Wett abrüsten Ach nee Ach nee, ist es nicht Nee, ich glaube das war Altstadt ist es geworden Ja Beschützer Aber nicht mehr Hoffentlich nicht wieder In so einem Team Oh, wer weiß Vielleicht Ich weiß nicht, wer das rausgegangen ist Also ich wüsste nicht Ob das dann besser ist Achso, du Du hast die Hoffnung Dass jemand rausgegangen ist Was ist? Der gegnerische Anführer Muss hingerichtet werden Ob Du musst ihn als Äh Ob du willst oder Ja, ja, das Das wissen wir Ja, das wissen wir Solange Der Goldene quasi lebt Ne Solange haben Die anderen unendlich leben Und können wieder spawnen Und sobald der Goldene tot ist Dann halt Heißt es wirklich Dieses typische Last Man Standing Ne Das wissen wir ja Aber das andere Team Hat sich halt gut mit dem Goldene versteckt Du kannst kaum vor mit unseren Oh, ich bin's glaube ich Der Gold, ne? Ich seh's an meiner Waffe Ja Gut Wollen wir doch mal Links, rechts, Mitte Ich glaube mal rechts Ich bin Ich klebe dir am Arsch Also Ja, ich möchte ja so ein bisschen Ich mag noch nicht so Umdingend so weit vorne sein Weil hier kann ich halt wirklich von über angekommen werden Da kommen sie alle Hier unten Hilfe Die kommen von hier unten Der braucht keine Atten geworfen Kannst durchkommen Jetzt haben sie bestimmt Angst Hilfe Eine Raucher-Sprengstoff Achtung Nein Alter Akon-Bogen Akon-Bogen Scheiße Das ist natürlich Mist auf der Map hier, ne? Du siehst natürlich Hier können sie ja von überall kommen, ne? Also vorgegangen Ihr müsst jetzt Ihr müsst jetzt zu dritt Den ja einen Anführer töten Und Mir noch ein Überraschungsein von der Tankstelle mitbringen Sollten wir hinkriegen Bin gespannt Ich beobachte dich Weh, du machst das nicht richtig Mach das mal Ja, los, schnell Schieß auf ihn Schieß auf ihn Und jetzt schieß auf den Und jetzt schießt deine Mutter Oh ja, jetzt noch mal Ja, du freust dich noch so früh Weil du bist mitten im Gefecht, weißt du? Uh, das war schön, dass du dich freust, aber Weißt du? Alter Spiel dir, Mann Du darfst dich erst freuen, wenn die Runde vorbei ist Und du gewonnen hast Und so, naja Jetzt hast du, jetzt sieh mal Jetzt hast du vier Kills und zwei Abschüsse Oh, ich bin der Goldene Auch nicht schlecht So, du bist der Goldene, ja? Hey, hey Er ist der Goldene Reiter Ich versuche jetzt mal ein bisschen weiter vorzukommen Und vielleicht den Goldene direkt zu Ja, da ist er Ich hab den Goldene markiert Ich hab den Goldene markiert Gut, wunderbar Ich werde für euch Rauchkannab nehmen Ja, Goldene ist weg Goldene ist weg Das hat geklappt Ey, irgendwas hat mich gekötet Kann mir mal jemand helfen? Der neben mir steht, aber nur da Danke Ich bin jetzt bei euch Ja, pass auf Komm, eine Achtung Ja, soll da kommen Zwei noch? Diesmal läuft Ich gehe jetzt stream Ja, ja, wir sind als Mauer jetzt Kommt Wir sind jetzt Wir sind Sparta Wir sind Spartaner, los Da sind sie Ich hab sie Weißt du, warum wir Spartaner sind? Weil wir so spontan sind Oh Gott, war das schlecht Der war so schlecht Der war mega schlecht Ich find's lustig Ich glaub, die kommen von hier unten gleich Ja, da hinten Da hinten Ich hab einen Den hätten wir nicht verfehlen sollen Warte Hier hinten Da hinten ist er Da hinten in der Ecke Ich kann leider nicht markieren Der ist außer mein Gebiet raus Alter, ich will kommen Ernsthaft? Ja, aber jetzt müsstest du es schaffen Ja, wunderbar Ja, alles gut Alles gut Ja, alles gut Oh Mann, ey Sehr schön Du So, nee, 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 nee Ich bin ganz normal Wir machen auf jeden Fall wieder den Versuch weiter fortzukommen Und ich geh nicht durch den ersten Gang Ich lauf geradeaus durch Und zieh mich hier an der Seite durch die Schlippe, weißt du? Na, ich bin rechts jetzt Diesmal Was ist denn das für eine Waffe, die ich hier habe? Gute Frage, nächste Frage Habt ihr schon Gegner gefunden? Ja, ganz schön viele hier Bei mir ist es extrem ruhig Ich bin gerade einmal rumgelaufen Vielleicht kann ich dir in den Rücken fallen Warte, ich gucke mal Sind wir da? Ha, 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 ha Damit hat er nicht gerechnet Ich höre irgendwas knacksen hinter mir Scheiße, ich habe nur noch einen Schuss mit der Markiert Ist das der Goldene? Markiert Ich markiere ganz viele gerade Scheiße, das war bloß ein normaler Fuck Was macht mein Teamkollege da? Ist das blöd? Hilfe, Hilfe, meine Mutti Hilfe, ich habe Angst Der lässt mich hier verschmoren Der nimmt mich in das Geisel Ich will diesen Mantel haben Das ist ein guter Charakter Wenn der nicht so eine blöde Sadomaso-Mütze aufhätte Wäre der noch viel geil eigentlich Alter, er hat mir eine Brandgranate gegenkommst Aber unser Goldener lebt noch, ne? Ja, ja, alles gut Okay, alles gut Alles gut Gut Tief durchatmen, tief durchatmen Das passt schon Ja, da ist noch einer Ich glaube, ich habe den gerade durch Zufall in den Kugel in den Arsch geschossen So Arschgeigen Ich mache Gulasch aus, weil ich So, jetzt Nicht trennen Das habe ich falsch nachgeladen, ich Idiot Na komm, Bogen Ja, ich höre irgendwas, ne? Okay, du bist von mir Ja, ja Pass auf, dass du nicht irgendwo Äh, eine Falle tappst Wo ist denn jetzt die gleiche Sturm? Ist nur noch einer Hier ist keiner Wo du die Boom-Shot Mach ich Okay, wunderbar Sinnlos Eine Runde noch Aber Eine Runde noch Wenn wir die überleben, komm Dann hätten wir einen würdigen Abschluss für heute Für den Ja Part hier Fünf Kills und ich bin unten Frechheit Ich habe doch mehr als der da über mir Was soll das denn? Was soll das denn? Das ist doch beschöss Ich werde hier beschissen So Alle machen sich schon mal auf den Weg zum Boomer Dropshot geht auch Fünf Kuss Fünf Kuss Fünf Kuss Fünf Kuss Jawohl Kleines Mäuschen guck einmal Kleines Mäuschen guck einmal Ich hab das Gefühl vergriffen und hinter angegriffen Ist er weggelaufen? Ne ich hab ihn Hinter der Wand Da ist der Goldene Ja 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 Stürm Warte 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 zu schnell bin ich nicht Achso Okay der Goldeneck geht nicht hoch Hilfe War blöd War blöd Aber in Deckung Wunderbar Ja 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 So unsere Göttner lebt aber auch noch ne Ja Warum aber unsere Göttner steht hier mitten im Gang Gefecht Gefecht Jawohl den hab ich Sehr gut Die anderen sind im Spawn drinnen Okay Achtung einer von der Seite Ne mich Sehr schön Links Scheiße 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 Ah der hat mich komplett durchlöchert Dieser Arsch Der Goldene kriegt Feine ab alter Ey komm Alter wir müssen das schaffen Da ist er Läuft hier gerade an der Scheune entlang Hast du gerade die sehen Wo ist der Goldene rein? Uh Boah das der Goldene? Ne Ne Ab nach oben Hey hey Wo ist der Goldene rein? Da Was ist denn? Boomshot Hast du mit? Gut heb die für den Goldene auf Heb die für den Goldene auf Ja Boah das ist ne Wonde Die müssen mir nur sagen wo die ist Wo der Goldene ist meine ich Die lassen uns gerade ne Falle laufen ne Achso das ist das eine von uns Upsa Ey das unser Goldene jetzt hier vorne so weit rum rennt Gefällt mir gar nicht ne Der will's hier quasi drauf ankommen lassen Feine im Visier Ja wir werden auch fast umkreist hier gerade Müsst du nur wissen wo der Goldene von den Feinden ist alter Ja ich auch Hilfe Danke Warte ich komme Alles gut alles gut Hab mich gerade selber aufgerappelt Da ist der Goldene Oder war er das? Ne Ne Ich geh mal kurz rein und gucke Oh nur gucken Nichts anfassen Da ist keiner Wie hier ist keiner Du ich hab Angst wenn ich hier langlaufen ne Hier hinten Okay Hast du ihn? Ne das war bloß der Normale Ich hab noch einen Schuss für die Dropshot Dann heben die auch für den Goldene Wie ich den aber auch nicht treffe ey Boah In der Schar Bin tot Aber hab keine Option mehr für die Dropshot Boom Nein Schade Nein Ach das gibt's doch nicht Ladehemmung Scheiße Ich bin auch gerade voll konzentriert irgendwie in der Runde Ich auch gerade Die ist aber auch heftig ne Es gibt auch kein Timelimit ne Ne Ich bin auf deiner Seite Ich hab den Goldene Ich hab den Goldene Sehr gut Da läuft er Da ist es doch dumm Ja wir haben ihn Hilfe Ich werd aber auf irgendwas geschossen Hilfe Von irgendwo Von hier hinten Irgendwo Wer möchte Und der Irgendein Stück Fleisch ist hinter mir zerbrückelt Ha Perfekt Nur noch einer Nur noch einer Ach Dass ich das noch erleben darf Mit meinen Ja ist er Das ist mein Mein guter Freund Der Umhangkrieger Mit dir hatte ich ne Rechnung auf Aha Wir haben uns beide gleichzeitig weggekillt Nur du und ich Mitten aufstehen Nur du und ich Jawohl Ich war zuerst aufgestanden Das war ein Duell Ja schön Mega Absolut schöner Abschluss Finde ich Super Runde Oh ich hab sogar den ersten Guck das an 12 Kills 5 Abschüsse Wuhu Ab an den Kühlschrank damit Druckt es euch aus da draußen Macht ein Screenshot von Und wir beide gehen erstmal hier kurz ins Hauptmenü Wo ist das Hauptmenü Äh Weißt du wo das Hauptmenü ist? B Start Da Ja So irgendwie Und dann raus Und dann Alle mitnehmen Und dann Ach liebe Leute Dankeschön fürs Reinschalten Das war ja mal Das war ja mal Überheftig Ja War gut oder? War Die beiden Runden waren sehr gut Ja War eine gute Runde Hätte ich nicht gedacht Aber Beschützer ist wirklich so ne Wenn du ein gutes Team hast Läuft's Also dann macht's auch Spaß Sag Schüss Piep piep Leute Piep piep Er macht Er macht wieder piep piep Er macht immer piep piep Ich versteh das nicht So jetzt aber Drück den Button